die wir deine ganzen warte ich sammle die kurz auf wenn ihr vertraust nein 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 ich hab ich geb dir die dann deine raumfänger nur wenn du mir die beiden waffen die beiden sachen gibt schaue auf meine eltern gib mir zwei also gib mir deine ganzen glatten deine und deine ganze aktiven deine glatten hallo die erzeugen mit mir an und ich erledige dich auf der tanzfläche also ist hier sorry also wegen geben Nein, ich dachte als erstes, du wärst ein Scammer, aber da, wo du mir so gesagt hast, jetzt weiß ich, dass du kein Scammer bist. Sorry, nochmal. Wie bitte? Ja, okay, ich komm' dann. Was? Tut mir leid. Wie bitte? Warte, Keram, ich stimm dich kurz. Was ist los jetzt? Warte, warte, machen wir so, weil das halt mein einziger Super-Schredder ist. Komm, ich geb dir dafür eine andere Waffe, okay? Warte, 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 sorry, dass ich gescamt hab, nochmal, weil ich dachte, du wärst ein Scammer. Wie bitte? Äh, aus Düsseldorf. Du? Wo? Wo? Okay, komm, nochmal als Entschuldigung, dass ich gescamt hab. Ich weiß auch nicht, ob ich dir das schenken soll, weil das ist eine 82er-Waffe. Komm, ich vertraue dir halt und, äh, verschwischst du mir dann, dass ich heute Abend irgendeine gute Waffe von diesen Typen kriege? Oder dass du mir irgendeine gute Waffe besorgen kannst? Ja, okay, warte, geb ich gleich. Was ist das? Kannst du nochmal droppen, weil du vertraust mir. Kannst du nochmal droppen? Ich kann auch hier den Super-Schredder droppen. Warte, du kriegst was Besseres, nur kannst du nochmal deine andere droppen? Diese eine, die du von diesen Typen bekommen hast. Nein, von dieser eine, diese goldene von eben. Ah, okay. Ja, okay. Ah. Willst du deine Waffe... Mal komm, ich vertraue dir jetzt gerade übelst. Willst du, äh... Hast du schon einen Trommelwirbel? ...des Gründers? Ah, okay. Ähm... Ja, okay. Komm, gönn dir. Auch gönn dir. Was? Okay. Ja, Kerem, was ist los? Warum? Ja, ich habe dir eine 82er Belagerungsbrecher geschenkt, chill. Ah ja, so wurde ich ja einmal gescannt. Ah, ich vertraue dir jetzt. Guck mal, ich habe, ich habe jetzt alles auf Kamera aufgenommen. Wie, äh, guck mal, das kann, glaube ich, jetzt eh nicht mehr weggehen, weil du meinst ja, du hast mir das versprochen mit Dings, dass die Leute haben Waffen schenkt und so. Ich habe eh jetzt gerade Livestream, guck, Ilarion Gamer. Ich mache gerade Livestream. Ich habe Überschrift Ehrenmann gemacht. Soll ich, ja, Waffen schenke. Äh, hast du, äh, Dings, welche Waffe, sag mal jetzt wirklich deine beste Waffe. Ich habe die gleiche, nur 106. Ja, Energie. Du hast die Account, äh, der, äh, hör mal bitte hier zu bauen, aber die Account gehört dir, oder? Die Account gehört dir, oder? Okay. Machen wir wieder richtig. Bitte. Äh, hast du, äh, wie viel, äh, geh mal, da kann ich dein Einmalachit. Dein Ernst? Für 11. Mein Freund hat irgendwie 5 Stacks, ob sie Jan, weil der ist ein richtig krasser Scammer. Ich hasse den eigentlich. Aber, nein, der kennt mich ja so. Tja. 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 Halt so. Warum? Das war, nein, hör mal auf, so viel zu bauen, bitte. Nein, ich habe sogar gerade Livestream. Komm. Ja. Warte, ich komme gleich. Warte, ich komme gleich. Bis zum nächsten Mal. Ich meine. Wirklich. Ich glaube, wir sind in der Zwischenzeit. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Und... Das war's. 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 Das war's.